Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch kurz zeigen, wie ihr hier oben in der Taskleiste große Symbole verwenden könnt. In anderen Videos habe ich ja bereits gezeigt, wie ihr hier mit allerlei Programmen und Funktionen die Taskleiste erweitern könnt über Symbolleisten. Jetzt zeige ich euch, wie man diese großen Symbole hier bekommt. Dazu klickt ihr auf die Taskleiste, mit rechts wählt dann hier Taskleiste fixieren, macht ihr das Häkchen weg und dann könnt ihr das Ganze hier verschieben. Das sind zwei Symbolleisten. Wenn ihr jetzt große Symbole wollt oder kleine, drückt ihr hier auf diese Verschiebefläche mit der rechten Maustaste und wählt hier Ansicht. Dann könnt ihr umschalten zwischen kleinen Symbole und großen Symbole. Das nur ergänzend, ich habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Da habe ich nochmal alles zum Thema Symbolleiste in der Taskleiste zusammengefasst. Also alles, was ihr da reinpacken könnt, ist da auch reingepackt worden in den Beitrag. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und Tschüss. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.